Was bedeutet Professionalität im 21. Jahrhundert? Der Duden sagt, professionell ist eine Tätigkeit, die als Beruf ausgeübt oder als Beruf betrieben wird oder eine Handlung, eine Tätigkeit, die fachmännisch ausgeführt wurde, von Fachleuten anerkannt, benutzbar oder erstellt wurde. Es handelt sich demnach also um einen Beruf, der von Fachleuten ausgeübt wird. Und heute, Professionalität im 21. Jahrhundert, ist das immer noch ein Beruf, der von Fachleuten ausgeübt werden muss? Was bedeutet in Transformationsphasen eigentlich fachmännisch, wenn sich neue Berufsbilder kreativ aus verschiedenen Fächern immer wieder neu zusammensetzen müssen? Welche Bedeutung kommt der einzelnen Fachkompetenz zu, die aus Zeiten stammt, die wir heute grundlegend überdenken müssen? Jemand eine Antwort? Und dann die alles entscheidende Frage, wie positioniert man sich selbst als Selbstständiger in diesen neuen Settings? Wie und wo findet man seine Nische im Netzwerk? Darum geht es in diesem Herbst in der Ununi-TV-Community. Ab dem 15. November, nur für Mitglieder, aber jeder kann natürlich jederzeit Mitglied werden. Bis dahin.